Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Fordstor Rahnbrock, Iborger Straße in Osnabrück, Nordwestdeutschlands größte Ford-Ausstellung. Gut, jetzt ist Daniel Thun bei uns auf nots.de. Daniel, es sind jetzt zwei Tage vor Gang nach dem 0-2 in Rostock. Wie ich dich kenne, hast du das Spiel wahrscheinlich mehrfach videoanalysiert. Wie ist das Fazit jetzt mit zwei Tagen Abstand? Ja, mit zwei Tagen Abstand. Ich habe natürlich direkt auf der Rückfahrt mir das Spiel angeguckt. Ich habe es mir zweimal angeguckt, weil wir vieles richtig gemacht haben. Im Endeffekt fehlte wieder das Ergebnis, sonst fehlten die Tore. Aber in der Gesamtheit bin ich schon mit dem Sprung vom Spiel Magdeburg jetzt zu Rostock sehr zufrieden, was die Spielanlage betrifft. Es gab am Freitag Lob von allen Seiten, auch aus Rostocker Ecke. Trotzdem, dafür könnt ihr euch ja unterm Strich nichts kaufen. Definitiv nicht, aber auch nochmal in dem Blick auf die Aktion, die wir mit dem Ball hatten. Wir haben am Freitagabend 14 Spieler eingesetzt. Nur zwei Spieler hatten keine Torabschlussaktion oder Torchance. Das waren Marius Gersbeck und Adam Susatsch. Sonst hatte jeder eingesetzte Spieler eine Torabschlussaktion in unterschiedlicher Qualität. Und auch die Chance war sicherlich bei dem einen oder anderen größer. Aber das gibt natürlich schon viel, viel mehr Hoffnung und auch ist ein großer Schritt, wenn man das Magdeburg-Spiel dann im Rückblick betrachtet. Gut, aber vorne sind die Spieler zum Torabschluss gekommen, aber der Ball findet den Weg nicht über die Linie. Woran liegt sowas? Wie kann man das erklären? Ich habe es ja schon vor ein paar Tagen mal gesagt. Also entscheidend ist, dass man sich in eine gute Torabschlussposition bringt. Und wir haben in einigen Situationen, im Ballannahme, Mitnahme, im ersten Kontakt, waren wir sehr nachlässig und haben vielleicht auch da nicht so entschlossen abgeschlossen. Gerade so eine Aktion, ich glaube, Tim Danneberg hatte wahrscheinlich die größte Chance und er wird ihn wahrscheinlich in neun von zehn Fällen reinmachen und immer direkt nehmen. Aber am Freitagabend wollte er halt sicher gehen, den Ball kontrollieren und reinschießen. Und da fehlt die letzte Konsequenz bei vielen anderen auch. Wenn ich an Emma denke, bei der Ballannahme, wo er vielleicht den Kontakt direkt mit reinnehmen muss, um sich in eine bessere Abschlussposition zu bringen, da ist es vielleicht dann nicht angemessen, den Ball mit der Sohle zu stoppen und dann vielleicht aus dem Stand abzuschließen. Wie viel Prozent Ballbesitz hatte der VfL am Freitag? Das hast du ja sicherlich auch schon analysiert. Ja, definitiv mehr als der Gegner. Das sagt zumindest die Statistik und wir hatten noch weit über 30 Minuten wieder den Ball. Aber auch da klingt nach Vloskel, Ballbesitz schießt keine Tore, war auch wieder der Fall. Aber aus diesem Ballbesitz ist halt auch unfassbar viel entstanden, gerade im Spiel nach vorne. Was wir immer daraus ziehen, ist, wenn wir viel Ballbesitz haben, dann haben wir die Zeit halt wirklich klein gehalten beim Gegner. Und das war wieder so. Rostock immer wieder zu Fehlern gezwungen. Wir standen immer wieder kompakt, dass wir natürlich auch Räume geöffnet haben im Umschaltspiel, was normal ist, aber wir haben auch unfassbar hoch verteidigt und hatten sehr, sehr viele Ballgewinne dann auch in vorderster Linie. Lass uns nochmal so ein bisschen auf die Startelf schauen in Rostock. Da haben ja doch vor dem Anpfiff sich einige verwundert die Augen gerieben, als sie die Zusammenstellung gesehen haben, weil es waren durchaus ein paar Überraschungen dabei. Es ging los hinten in der Abwehrreihe, dass rechts Marcel Appiah für zuletzt Karma Krasnitschi spielte. Und in der Innenverteidigung hast du dich für Christian Groß neben Adam Susatsch entschieden. Warum? Ja, das habe ich ja auch zu Beginn der Übernahme gesagt, dass ich den ganzen Kader brauche, dass ich jedem Spieler die Möglichkeit gebe. Darüber hinaus gucke ich mir natürlich auch viele Spieler an. Ich versuche dann auch auf den Gegner einzuwirken, zu schauen, wie war seine taktische Ausrichtung, um halt auch unser taktisches Konzept so ein wenig zu spiegeln oder den Gegner zu spiegeln, um dann die entstehenden Räume dann auch im Spiel nach vorne nutzen zu können. Und da ist der eine oder andere Spieler dann vielleicht prädestinierter. Und da ist es mir dann als Trainer auch gleich, wie die Vorwoche die Formation aussah, sondern ich entscheide dann in der Ganzheit, was brauche ich an Spielern und wer bietet mir Qualität an. Gut, also das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Die Vorwoche kamer Krasnitschi hat ja gegen Magdeburg zumindest nicht so schlecht gespielt, hat seine Aufgabe, glaube ich, auf der rechten Ausverteidigerposition ganz gut erledigt. Aber das spielte jetzt bei der Entscheidung für Rostock keine Rolle. Ja, in Rostock war es so, dass wir schon davon ausgegangen sind, dass sehr viel Tempo über die Seite kommt und dass man versuchen wird, die Räume vielleicht über unsere rechte Seite dann auch zu nutzen, die entstehen können. Weil Kammer ist jemand, der mit dem Ball sehr gut nach vorne spielt und dadurch natürlich dann auch immer gezwungen ist, weite Wege nach hinten zu gehen. Die Entscheidung fiel dann auf Marcel Abja, der das defensiveres Verständnis hat, der sicherlich auch Tempo hat und gerade gegen Hilsner sicherlich dann die richtige Waffe gewesen wäre. Rostock hat genau darauf reagiert, hat den Willi Efseev auf die Position geschickt, um das auch zu nutzen und war sicherlich dann überrascht, dass diese Räume dann auch geschlossen waren und Efseev sich auch auf der Position gar nicht so nach vorne einbringen könnte, wie sich die Rostocker wahrscheinlich gewünscht hätten. Auf den Flügeln bist du gestartet mit Baschkiem Rennecke und Julitz Reimerink, zwei, die in den vergangenen Wochen eher nicht zum Zuge gekommen sind. Reimerink hatte zwischendurch sogar mal so eine zweiwöchige Denkpause und Rennecke war meist immer auf der Bank und diesmal von Anfang an. Was hat dich dazu bewogen? Ja, ich kenne Baschkiem aus den Trainingseinheiten und aus den PK-Spielen vorher. Da hat er immer sehr viel Qualität eingebracht und bei Julitz ist es ja auch so, wir wissen, dass er sehr viel Potenzial hat, manchmal leider in beide Richtungen. Aber wir haben im Vorfeld oder die letzten Wochen und vielleicht auch Monate keine so guten Leistungen gebracht und nicht die Ergebnisse erzielt. Und ich bewerte den Moment genauso, wie der Moment für mich halt auch nur wichtig ist. Und da war Julitz Reimerink seit Beginn der Woche mit sehr, sehr viel Einsatz und Qualität dabei. Und ja, das ist auch im Nachgang jetzt betrachtet, im Ergebnis nicht. Aber in der Entscheidung der Aufstellung, glaube ich, alles nachzuvollziehen und absolut richtig. Gut, im Zentrum hast du dich für Steffen Tickes entschieden. Da hat sicherlich nochmal die Verletzung von Halli Safran am Donnerstag einen Strich durch die Rechnung gemacht, was die Starthelf anbetrifft. Ja, klar. Also ich hätte, oder davon ist auszugehen, dass Halli auch in Rostock von Beginn an aufgelaufen wäre. Und da brauchten wir vielleicht auch zu Beginn des Spiels. Wir sind davon ausgegangen, dass Rostock sehr, sehr hoch verteidigt. Vielleicht dann auch jemand, der die Räume dann belaufen kann. Die Qualität hat Halli gerade auch dann gegen den Ball und im Umschaltspiel auch. Steffen kommt dem halt, was den Laufaufwand betrifft und die Räume dahinter zu ziehen, dem sehr nah. Und deswegen war die Entscheidung relativ einfach, sich dann auch für Steffen zu entscheiden. Lass uns nochmal über Halli Safran sprechen. Erste Diagnose ist ja wohl ein Innenbandriss. Was bedeutet, dass er rund acht Wochen ausfallen wird? Also die gesamte Hinrunde wahrscheinlich fehlen wird. Das ist so, ne? Ja, Innenbandriss ist bestätigt. Inwieweit er dann da noch was zukommt, entscheiden die nächsten Untersuchungen. Oder die sind entsprechend dann maßgeblich für die Dauer der verletzten Zeit. Halli wird uns definitiv fehlen. Er ist ein absoluter Leader, ein absoluter Führungsspieler, den wir in jeder Trainingseinheit, in jedem Spiel auf dem Platz brauchen. Aber auch da, wenn ich davon rede, dass der ganze Kader benötigt wird, versuchen wir das zu kompensieren. Und ich glaube, dass wir dazu auch in der Lage sind. Da schließt sich im Grunde die nächste Frage an. Gibt es diese Verletzung jetzt nochmal Anlass dazu, vielleicht doch nochmal irgendeinen vertragslosen Stürmer zu holen? Ja, da bin ich, glaube ich, der falsche Ansprechpartner. Für mich gilt es jetzt im Moment mit den verfügbaren Mitteln und mit dem Personal halt das Maximale zu erreichen. Und da beschäftige ich mich dann halt mit den Spielern, die da sind. Und Markus Alvarez hat am Freitag, glaube ich, wieder einen Schritt nach vorne gemacht. Er hat sehr, sehr viele gute Aktionen. Wir haben mit Marc Haider noch eine Möglichkeit. Robby Christo hat in der letzten Woche gut trainiert. Das heißt, ich beschäftige mich mit den Jungs. Und davon werde ich sicherlich dann ein, zwei finden, die ich auch am Mittwoch gegen Nürnberg auf den Platz stellen werde. Du könntest zumindest als Coach schon darauf hinweisen, dass es da vielleicht Bedarf gibt. Ja, Bedarf in erster Linie klar, was Tore betrifft. Aber nochmal, ich bin immer noch überzeugt von dem Kader, von dem einzelnen Spieler. Und da sind genug Stürmer im Kader drin. Zum Tor, den Weg finden wir. Den Weg ins Tor, den müssen wir halt uns hart erarbeiten. Und da sind die Spieler, die zur Verfügung stehen, sicherlich im Moment auch ausreichend, um Halil da zu ersetzen. Sodass du davon ausgeht, dass der berühmte Bock, von dem immer gesprochen wird, den du ja auch am Freitag noch erwähnt wirst, auch jetzt irgendwann umgestoßen werden kann. Die Zahlen sprechen eindeutig. Derzeit gegen den VfL, 9 zu 23 Tore. Letzter Platz jetzt nach den Spielen am 13. Spieltag, 10 Punkte. Das ist hochgerechnet die Bilanz eines Absteigers. Was sagst du dazu? Ja, Fakt ist, im Moment stellt sich das Ganze als große Herausforderung dar. Aber genau das ist das, mit dem ich mich auseinandersetze, wo ich erstmal gar keine Angst vor habe, wo ich Respekt vor habe. Es geht jetzt letztendlich darum, dass wir Ergebnisse erzielen. Die Art und Weise waren in den letzten Spielen ansteigend, gerade mit dem Rostock-Spiel, glaube ich, auch bezeichnend dafür, dass viele Werte positiv sind. Nur letztendlich der Wert, die Tore einfach nicht. Abstiegskampf, ja, mag jeder darüber reden. Die Tabelle sieht so aus, dass sicherlich im Moment alle absteigen können noch, zumindest mit der Punktausbeute, die jeder hat. Aber damit setze ich mich auch nicht auseinander. Ich habe vor einigen Wochen mal gesagt, oder zu Beginn meiner Übernahme, dass mir nichts geschenkt wird, dass ich für alles hart arbeiten muss. Und das muss die Mannschaft und das muss jeder Einzelne von uns. Gestern hat mir ein Freund geschrieben, dass auf dem schwersten Wegen das größte Glück entsteht. Und ich glaube, das spricht so dafür. Bei uns gibt keiner auf und wir werden für unsere harte Arbeit dann auch wieder belohnt. Und das ist so der Ansatz, wo ich alle mitnehmen will, wo ich alle für begeistern will. Und mit dem, was ich vorfinde, an Möglichkeiten, glaube ich, kann ich noch sehr, sehr viel erreichen. Und dann müssen wir einfach schauen. Natürlich wünscht man sich als Trainer, dass man, wenn man eine Mannschaft übernimmt, dieser Aha-Effekt da ist und man Spiele gewinnt. Was wahrscheinlich auch in 90 Prozent der Fälle passiert. Aber dann liegt es nicht an dem Inhalt, der platziert worden ist, sondern einfach nur an dem Moment, dass jemand anders vorne steht. Wir versuchen es jetzt, das Ergebnis stimmt nicht, über Inhalte zu definieren. Und die Inhalte sind in meinen Augen gut gewesen in den letzten Tagen und in den letzten beiden Spielen. Ja, aber jetzt gilt es das Ergebnis. Wir wollen was Besonderes am Mittwoch schaffen, sind aber in der Pflicht und auch mit dem Ziel, dass wir Zwickau am Samstag hier definitiv schlagen müssen. Kann der VfL mit diesem Kader auch Abstiegskampf? Kann der das? Der VfL kann mit diesem Kader ein, zwei, drei, vier, fünf Spiele am Stück gewinnen. Im Moment haben wir drei, vier, fünf Spiele am Stück verloren oder beziehungsweise halt auch nicht. Und die Qualität ist ausreichend, um auch eine Serie zu starten. Und dann sind wir auch in der Nähe dieser einstelligen Tabellenplätze. Und dann beschäftigen wir uns nicht mit den letzten vier, sondern mit dem Moment, dass wir das Ganze stabilisieren. Und ich bin weit weg davon, halt über Abstiegskampf zu reden. Wenn es in den nächsten Wochen so eintritt, dass die Ergebnisse nicht da sind, dann muss man sich damit auseinandersetzen. Aber für den Moment, ich bin seit zwei Spielen dabei. Wir haben zwei Spiele verloren. Darüber freue ich mich nicht. Das war sicherlich nicht wünschenswert, aber immer noch in der Überzeugung, dass die Qualität der Mannschaft ausreicht, um auch dieses Ziel einstellig zu erreichen. Das heißt im Umkehrschluss auch, in der Truppe ist nach wie vor der Optimismus vorherrschen. Oder muss man jetzt auch als Trainer oder auch mit dem gesamten Trainerteam besondere Maßnahmen ergreifen, um auch den Spirit in der Mannschaft weiter oben zu halten? Ja, aber auch das, da stimme ich ja auch Joe zu, dass diese Mannschaft ist ja intakt. Dass sie Probleme hat, gar keine Frage. Der Ausfall der wichtigen Stammspieler und Stützen, den zu kompensieren, fällt jeder Mannschaft schwer. Aber wir haben so viele Erfahrungen im Kader und vielleicht ist es auch für mich eine neue Situation, eine neue Aufgabe. Aber ich habe lange genug Fußball gespielt. Ich habe so auf den Abstiegskampf gesteckt. Ich weiß, was man in dem Fall nicht benötigt, aber was man auch braucht. Und in erster Linie können wir alles auf den Platz richten, in jeder Trainingseinheit und sicherlich auch in jedem Spiel. Wenn wir es schaffen, konzentriert und nicht nachlässig zu verteidigen bei diesen Standardsituationen, und die werfen uns ja momentan aus der Bahn, und wir sind zielgerichtet nach vorne, ja, dann ist das Ergebnis da. Und dann werden sich auch alle wieder darüber freuen. Und wenn die Art und Weise so ist wie in dem letzten Spiel, dann sind wir sogar alle glücklich darüber. Du weißt auch, was man im Abstiegskampf nicht benötigt. Was meinst du da konkret? Ja, genau, dass irgendwo jeder seine eigene Baustelle aufmacht, dass jeder sein eigenes Päckchen trägt und der Meinung ist, dass er irgendwas einbringen muss, was vielleicht nicht hingehört. Und ich gebe Muster vor, ich gebe Ideen vor. Wenn diese Muster bedient sind, erhöhen wir Wahrscheinlichkeiten. Wenn wir die Wahrscheinlichkeiten erhöhen, dann auch erfolgreich zu sein, dann wird es auch im Endeffekt so sein. Aber das ist genau das. Die Mannschaft steht zusammen, die Mannschaft versteht sich gut. Hier kocht keiner sein eigenes Süppchen. Darauf achte ich, wenn einer querschießt, dann werde ich das Ganze auch sanktionieren, gar keine Frage. Da bin ich gerade genug für. Aber der Augenblick ist nicht eingetreten bisher. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass das passieren wird. Gut, die Lage in der dritten Liga ist bedrohlich, so kann man es ja sagen. Aber jetzt steht ja erstmal in drei Tagen, dass das Pokalspiel angeht, den 1. FC Nürnberg. Ihr habt jetzt noch nicht Zwickau im Fokus, sondern jetzt ist alles gerichtet auf Nürnberg. Ja, die Arbeit ist jetzt ausgerichtet auf Nürnberg, aber im Hinterkopf sicherlich Zwickau. Also die Liga ist unser täglich Brot. Da müssen wir halt, ja, auch wenn ich mich wiederhole, Ergebnisse erzielen, um da rauszukommen. Den Pokal nehmen wir gerne mit. Wir wissen, was im Pokal in Osnabrück möglich ist. Mittwochabend ein Flutlichtspiel gegen eine Topmannschaft aus der zweiten Liga, die uns vielleicht nicht unterschätzen wird, uns nicht an dem Tabellenplatz messen wird, aber die trotzdem irgendwo den Anspruch hat, einen Drittligisten zu schlagen. Und wir werden entsprechend die Klingen kreuzen wollen und auch alles raushauen, was wir bisher haben und vielleicht auch wieder Veränderungen vornehmen. Und dann werden wir wieder elf Jungs auf den Platz bringen, die sich zerreißen werden. Und irgendwann wird der Bock umgestoßen und der Ball liegt dann im gegnerischen Tor. Ihr werdet Veränderungen vornehmen müssen, also eine zumindest. Marcel Appiah ist ja gesperrt nach der roten Karte in der ersten Runde gegen den HSV. Hast du dir da schon Gedanken gemacht oder kannst du uns da schon was verraten, wie da die mögliche Aufstellung dann aussehen könnte? Ja, wir haben jetzt noch drei Trainingseinheiten. Wir beginnen heute Nachmittag. Wir haben so ein paar Ideen, aber auch da versuche ich den ganzen Kader mitzunehmen, auch wieder Leistung oder Leistung, die angeboten wird, auch einzuordnen. Es gibt so ein paar Gedankenspiele. Wir haben jetzt am Wochenende auf den Furkan Zorba verzichtet, der sicherlich eine Option sein kann, der ein tolles Pokalspiel gegen den HSV absolviert hat nach seiner Einwechslung. Aber auch die anderen Spieler sind sicherlich wieder da gefragt. Und wir werden auf das reagieren, was uns angeboten wird, aber schon mit einer kleinen Fantasie, die wir natürlich schon im Kopf haben, um gegen Nürnberg zu gestehen. Daniel, alles Gute dafür. Schönen Dank. Ich glaube, es geht um die Einwechslung. 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 Vielen Dank.